Das Messias, wo ich Jesus responde, all mundo de hoy, bringt dir die Hoffnungsbödschaft mit Redner Walter Niefelt. Liebe Freunde, liebe Bräder, liebe Sester, schön, dass ihr nie mal da seid. In dieser nächsten Minute werden wir kurz reden, weil wir nur denken, wer kann gerät werden? Das ist für viele Menschen eine sehr gute Frage. So, und viele von uns hier haben die Meinung, dass man dort weiterkommt, dass wir gerät sind, andere sagen, dass es keiner sein darf, wir können dort bloß huppen. Der Bibel sagt, wer läuft, der ist gerät. Aber wenn Jesus die ganze Themas anredet, dann kommen sogar seine Jünger, der Apostel, seine Schieler, die kommen in Schwierigkeiten. Und sie stellte Jesus die Frage, in Markus Kapitel 10, Vers 28, Vers 28, wer kann gerät dann sein? Wenn das so schwer ist, wenn die Gebote anhören, nicht genug ist. Wenn ein guter Mensch sein kann, wenn ein guter Menonien nicht sein kann, nicht genug ist. Wenn ein guter Türchenmitglied sein kann, nicht genug ist. Wenn all das, was wir uns anstrengen, nicht genug ist. Wer kann dann gerät werden? Und Jesus kommt eine Antwort. Er sagt, für uns Menschen ist es allmehrlich so gut zu sein, dass wir für uns Geld sein können, nicht genug ist. Aber für Gott ist es allmehrlich. Und dort erklärt Jesus Luther, dass er für uns um Krieg zu sterben ist, dass er unsere Schuld ab sich nimmt, dass er unsere Straf ab sich nimmt, all das Versaie, all das Trühe und das Schlechtchen, was in unserem Leben ist, all unsere Krankheiten, dort nimmt Jesus alles ab sich, damit wir ein Abend nicht gerät werden. Wir selbst sind wir nicht kaut genug. Wir sehen immer das kauten Zettchen. Und an unserem Wort sollen wir das Tühe haben, dass wir das tun haben, was für Gott gerät ist. Oder gerät zu sein. Das gerät zu haben und eine Ewigkeit bei Gott zu sein. Das gerät wir mal durch Jesus Christus. Wenn wir uns als Schuldner beäumschuldig erklären, und wenn wir das nicht annehmen, dass er für uns gestorben ist. Darum wollen wir nun beten. Herr, ich bete an dich von Tag, dass ich nicht gut genug sei, um nicht durchzukommen, um gerät zu sein. Und ich danke an Jesus, dass du, am Krieg zu sterben bist, all meine Schulden für sie abgenommen hast. Und von Tag nehme ich deine Verjewung an, und ich bete dir, dass du in meinen Hohen kommst, mit deinem Leben gehst. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Warte im nächsten Mal mit Hoffnungsgottschaft.